Hey, schön, dass du bei unserem heutigen Pilates-Workout mit dabei bist. Ich bin Lena und das ist Lenas Health Lab. Wir haben heute ein langes und intensives Workout vor uns. 45 Minuten Pilates für Fortgeschrittene. Du solltest schon einige Begriffe aus dem Pilates kennen, das Powerhouse aktivieren können und keine Probleme mit der Brustatmung haben. Manche Übungen sind etwas schneller, aber keine Sorge, ich leite alles an und wenn es noch nicht perfekt klappt, dann wiederhol das Workout noch ein paar Mal. Das kann ich dir eh nur ans Herz legen. Wenn du das Workout etwas besser kennst, kannst du dich mehr auf deine eigene Ausführung konzentrieren. Lass uns starten. Zieh deine Socken aus, leg deine Matte hin, auf geht's. Lass uns auf den Knien starten. Deine Knie hüft breit, dein Steißbein Richtung Boden, dein Powerhouse aktiviert, drück die Schultern tief, deinen Scheitel Richtung Decke und atme in den seitlichen Brustkorb. Schließ die unteren Rippenbögen. Nimm die Arme zur Seite hoch. Mit der nächsten Ausatmung schieb die Arme vor, mach dich rund. Einatmen, öffne. Ausatmen, der rechte Arm geht nach oben, Sideband. Einatmen, zur Mitte zurück, Scheitel Richtung Decke ausatmen, linker Arm nach oben. Und schieb dich wieder in die aufrechte Position von vorne, mach dich rund, ausatmen. Einatmen, Brustkorb öffnen. Ausatmen, Sideband, rechter Arm nach oben, ein zurück und der linke Arm nach oben. Zur Mitte zurück, zwei Stück noch. Guck nach unten und dann schau nach vorne. Sideband, wir arbeiten hier nur mit dem Oberkörper. Lass die Beine, wie sie sind, ein letztes Mal. Drück die Schultern weg von den Ohren und dein Powerhouse bleibt aktiv. Ein letztes Mal. Und wir kommen wieder zurück zur Mitte. Sideband, rechte Hand auf den Boden und linkes Bein zur Seite wegsetzen. Linken Arm lang nach oben. Achtung, schieb dich wieder nach oben. Es darf wackelig sein. Und dann geh zur anderen Seite. Richte dich wieder auf. Streck dich lang. Wechsel. Sideband, Bauchnabel rein. Drück die Hüfte zu mir nach vorne. Und wechsel. Zwei Stück haben wir gleich noch. Beide Arme lang gestreckt. Schau zu deiner Hand nach unten zum Boden und zieh dich kraftvoll wieder hoch. Ein letztes Mal. Jetzt kommt die rechte Hand wieder auf den Boden. Wir bleiben im Sideband. Streck dich lang. Mit der nächsten Einatmung schieb den linken Arm noch weiter nach hinten weg. Öffne noch mehr den Brustkorb und ausatmen. Thread the needle. Der linke Arm geht unter dem rechten entlang. Einatmen, öffnen. Und ausatmen. Thread the needle. Zieh den Bauchnabel rein. Aktivier immer wieder dein Powerhouse. Nimm deinen Blick mit, mit dem linken Arm. Öffne den Brustkorb. Die Arme weit voneinander entfernen. Schulter weg vom Ohr. Zieh dich nach oben. Wir machen noch vier Stück. Rotiere entlang der Brustwirbelsäule. Die Beine bleiben gestreckt. Deine linke Fußspitze zeigt zu mir. Und ein letztes Mal noch mal so gut es geht öffnen. Thread the needle. Und jetzt nehme deine linke Hand an deinen Hinterkopf. Ellenbogen zeigt Richtung Decke. Powerhouse aktivieren. Mit der nächsten Ausatmung Ellenbogen und Knie zusammenbringen. Und einatmen, wieder strecken. Ausatmen, Ellenbogen und Knie nah aneinander. Und wieder strecken. Mach dich klein. Zieh Ellenbogen und Knie so nah wie es geht zusammen. Zieh ran. Und geh zurück. Vier Stück noch. Mach dich rund. Und dann öffne stolze Brust. Drei mehr. Die letzten zwei. Richte dich auf. Ein letztes Mal. Halte hier in der Stützposition. Setze jetzt dein rechtes Bein hinter das linke weg. Zieh dich in den Sideband. Linker Arm nach oben. Achtung. Wir kommen auf den Po. Drehen uns eine Vierteldrehung. Die Füße bleiben aufeinander. Und ziehen uns in den Spine Stretch nach vorne. Bauchnabel rein. Ohren zwischen die Arme. Richte dich wieder auf. Wieder rotieren. Über die Füße. Sideband. Schau nach unten. Linken Arm weit weg strecken. Rotiere. Setz dich auf deinen Po. Schieb dich nach vorne. Spine Stretch. Zurück in den Sideband. Und vier mehr. Mach die Bewegung so groß du kannst. Lass dein Powerhouse aktiv. Die letzten drei. Drück dich nach oben. Komm zurück. Die Füße bleiben die ganze Zeit gekreuzt. Dein linker Fuß ist die ganze Zeit über dem rechten. Zwei Stück noch. Drück dich hoch. Einatmen. Ausatmen. Nach vorne. Spine Stretch. Und dann bleiben wir auf unserem Po. Richte dich auf. Zieh die Beine hoch. Weiterhin gekreuzt. Fasse deine Fußrücken. Wie Rolling Like a Ball. In der Crab. Geh tief. Ausatmen. Schieb dich nach oben. Ich muss einmal hochkommen. Und dann wechsel die Beine. Einmal das andere Bein nach vorne. Wieder rund machen. Geh tief. Ausatmen. Drück dich auf deine Sitzbeinhöcker. Und einmal wieder die Beine wechseln. Greife die Füße. Geh tief wie Rolling Like a Ball. Und wechseln. Drück dich nach oben. Zwei Stück noch. Und danach entscheidest du, ob du weiterhin in dieser Bewegung bleibst oder anstatt einfach die Füße zu kreuzen, in den Teaser gehst. Geh tief. Drück dich hoch. Wechsel wieder die Beine. Wir gehen zurück. Wie in der Crab. Drück dich hoch. Und entweder wechselst du oder ziehst einmal die Arme und die Beine nach vorne. Teaser. Kreuze die Beine. Geh nach unten. Ausatmen. Richte dich auf. Einatmen. Arm und Beine weit nach vorne strecken. Pointe die Füße. Und wieder wechseln. Vier Stück noch. Drück dich hoch. Streck die Arme nach vorne. Und wechseln. Balanciere auf deinen Sitzbeinhöckern. Pointe die Füße. Streck die Beine lang. Zwei mehr. Sehr gut. Blick nach vorne zu den Händen. Und ein letztes Mal. Richte dich auf in den Teaser. Kreuze die Beine. Und dann geh einmal in den Schneidersitz. Lass dich nur nach vorne hängen. Lass den Kopf hängen. Atme vielleicht auch mal kurz in den Bauch, um deinen Beckenboden zu entspannen. Und dann drück dich wieder hoch. Setz die Hände hinter dir ab. Bring die Beine lang nach oben. Wir gehen in einen Beinpendel von rechts nach links. Ausatmen. Streck die Beine nach oben. Einatmen. Bring die Beine nach links. Und wieder zurück. Drück die Brust raus. Die Arme leicht gebeugt. Den Bauchnabel weiterhin drin lassen. Powerhouse bleibt aktiv. Nur dein Beinpendel. Die Füße bleiben zusammen. Geh zur Seite weg. Zwei Stück noch. Und dann gehen wir aus dieser Position in einen Single Leg Band. Bring die Beine nach oben. Jetzt zieh das linke Bein ran. Und streck das rechte. Ausatmen. Wechseln. Zwei Stück noch. Und jetzt gleitest du langsam tief. Greife immer ein Schienbein. Rechtes Schienbein. Und mit der Ausatmung wechseln. Die Schultern sind weg vom Boden. Wechsel immer wieder die Seite. Ein Bein gestreckt. Eins gebeugt. Schau zum Bauchnabel. Jetzt strecken wir beide Beine lang. Straight Single Leg Stretch. Immer im Wechsel. Rechts greifen. Dann links. Drück den unteren Rücken auf den Boden. Acht mehr. Pointe die Füße. Die Beine gleiten aneinander vorbei. Zwei mehr. Und ein letztes Mal. Und einmal ablegen. Die Arme lang nach hinten. Die Beine lang strecken. Gut gemacht. Wir ziehen uns von hier hoch in den Teaser. Mit der Einatmung schieb dich nach oben. Ausatmen. Öffne die Arme zur Seite. Handflächen zeigen nach vorne. Wieder zurück. Und langsam tief. Arme hinter den Kopf. Einatmen. Schieb dich nach oben. Brustkorb Richtung Decke. Öffne die Arme zur Seite. Wieder nach vorne. Und langsam tief gehen. Arme nach hinten weg. Einatmen. Und richte dich auf. Arme zur Seite aus. Ein wieder vor. Und aus nach hinten weg. Ein machen wir noch. Schieb dich nach oben. Spannung halten. Arme zur Seite. Und dann zieh dich von hier nach vorne. Streck die Beine. Streck die Beine. Halt die Füße fest. Deine Ohren zwischen den Händen. Und dann komm auf deine rechte Seite. Keine Sorge. Wir machen die andere Seite danach. Wir gehen in ein seitliches Klappmesser. Dein rechter Arm leicht nach vorne. Und dein linker Arm über den Kopf. Ausatmen. Schieb dich hoch. Einatmen. Wieder zurück. Öffne. Als ob du in C-Form willst. Ausatmen. Drück dich auf deinen Po. Und dann geh über die Seite. Dein linker Arm nach hinten. Die Beine leicht zurück. Ausatmen. Zieh dich hoch. Die seitliche Bauchmuskulatur arbeitet. Einatmen. Streck dich lang. Ausatmen. Hoch. Wir drücken uns noch viermal nach oben. Und dann gehen wir in den Mermaid-Sitz. Drück dich hoch. Streck dich wieder lang. Becken nach vorne. Ausatmen. Hoch. Drück dich ruhig leicht mit deiner rechten Hand auf dem Boden ab. Ein letztes Mal. Lang strecken. Arm über den Kopf. Ausatmen. Hoch. Und schieb dich jetzt in den Mermaid-Sitz. Dein rechtes Bein kommt nach vorne. Dein linkes zur Seite angewinkelt. Und beide Sitzbeinhöcker so tief wie es geht. Scheitel Richtung Decke. Aktivier dein Powerhouse. Streck die Arme lang nach oben. Spine Twist für zwei. Links, rechts. Ausatmen. Zweimal nach links. Eins zur Mitte zurück. Ausatmen. Nach rechts. Nur im Oberkörper rotieren. Die Handflächen zeigen zueinander. Vier Stück noch. Lass die Beine wie sie sind. Drei mehr. Und drei mehr. Schultern weg von den Ohren. Zwei Stück. Und ein letztes Mal. Jetzt kommen beide Hände tief zu deiner rechten Seite. Halte hier. Geh tief in den Liegestütz. Und ausatmen. Drück dich wieder hoch. Bleibe in dieser Stützposition. Immer wieder die Arme strecken. Einatmen. Nasenspitze zum Boden. Ausatmen. Wieder hoch. Halber Liegestütz. Beuge und strecke die Arme vier Stück noch. Drei mehr. Und dann gehen wir komplett nach rechts in die Stützposition. Zwei mehr. Lass den Rücken lang und gerade. Ein letztes Mal. Powerhouse bleibt aktiv. Drück dich hoch. Halte hier. Setze die Füße auf, dass du in der Stützposition bist. Powerhouse wieder aktivieren. Bauchnabel rein. Und zieh dein rechtes Knie Richtung Brust. Dann das linke. Immer im Wechsel. Rechts, links. Ausatmen. Ran. Ein. Zurück. Und wechsel. Sechs Stück noch. Dein Knie Richtung Brust ziehen. Der Rücken bleibt lang. Die letzten vier. Drei mehr, bevor wir in den Upstretch gehen. Ein letztes Mal. Und dann schiebe deine Sitzbeinhöcker Richtung Decke, Fersen Richtung Boden. Einatmen. Komm zurück in die Stützposition. Ausatmen. In die Kinnsposition, ohne die Knie abzusetzen. Wieder zurück in den Stütz. Ausatmen. Upstretch. Einatmen. Zurück. Ausatmen. Po nach hinten. Knie nicht auf dem Boden. Und zurück. Zwei Stück noch. Upstretch. Stützposition. Mit der Einatmung beugt die Beine, Po nach hinten weg. Ein letztes Mal. Ausatmen. Upstretch. Und einmal noch in die Kinnsposition, ohne die Knie abzusetzen. Bleibe hier. Knie gehen tief. Und einmal komplett in die Kinnsposition. Sehr gut. Kurz durchatmen, bevor wir in den Sworn gehen. Geh wieder nach vorne. Bring dein Becken tief. Tiefbrust raus. Blick nach vorne. Streck die Arme. Einatmen. Roll dich nach vorne. Ausatmen. Wieder hoch. Sworn. Wie die Kuh für eine Schaukel fährt. Ausatmen. Hoch. Einatmen. Tief. Und hoch. Vier Stück noch. Kraftvoll. Mit Schwung. Drei mehr. Zwei Stück noch. Und ein letztes Mal. Halte hier. Und drück dich hoch in den Fersensitz. Setze dich auf die Fersen. Oberkörper aufrecht. Und dann machst du dich rund. Schieb die Arme nach vorne. Einatmen. Richte dich wieder auf. Ausatmen. Spine Stretch. Mach dich rund. Deine Hände kommen zu den Knien. Und zieh dich wieder nach oben. Vier Stück noch. Mobilisiere deine Wirbelsäule. Drück dich hoch. Drei mehr. Mach die Bewegung groß. Zwei Stück noch. Schambein Richtung Decke. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Ein letztes Mal. Komm zur Mitte zurück. Und wir beginnen von vorne. Richte dich zu mir auf. Komm auf die Knie. Scheitel Richtung Decke. Power aus aktivieren. Schultern nochmal tief drücken. Arme zur Seite öffnen. Ausatmen. Rund machen. Einatmen. Öffnen. Achtung Sideband. Linker Arm nach oben. Ein zur Mitte zurück. Rechter Arm nach oben. Und zur Mitte zurück. Drei mehr. Mach dich rund. Öffne. Öffne. Linker Arm hoch. Zur Mitte zurück. Rechter Arm hoch. Die Bewegung soll groß sein. Dein Powerhouse bleibt weiterhin aktiv dabei. Sideband. Ein letztes Mal. Linker Arm hoch. Zur Mitte zurück. Rechter Arm hoch. Zur Mitte zurück. Und jetzt kommt der rechte Arm auf den Boden. Wir strecken das linke Bein. Linke Arm über den Kopf. Streck dich lang. Richte dich auf. Und setze jetzt das rechte Bein zur Seite. Sideband. Von einer zur anderen Seite. Kraftvoll wieder hoch. Ausatmen. Switch. Zieh dich nach oben. Knie nebeneinander. Wechsel. Drück dein Becken zu mir nach vorne. Sehr gut. Zwei Stück machen wir hier noch. Richte dich wieder auf. Ein letztes Mal. Wir halten jetzt wieder hier. Öffne deinen Brustkorb. Bring den rechten Arm lang nach oben. Über Strecke. Öffne noch mehr den Brustkorb. Ausatmen. Sweat the needle. Mach dich rund. Einatmen. Brust raus. Becken nach vorne. Und rotiere rein. Öffne. 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 Sechs Stück. Nimm deinen Blick mit. Drück dich weit weg vom Boden. Deine rechte Fußspitze zeigt zu mir nach vorne. Sehr gut. Öffne so weit du kannst. Und dann rotiere rein. Den rechten Arm zwischen Arm und Knie. Ausatmen. Rotieren. Zwei Stück haben wir noch. Und dann geht die Hand an den Hinterkopf. Ein letztes Mal. Öffne so gut du kannst. Ausatmen. Thread the needle. Richte dich auf. Bring die Hand an den Hinterkopf. Drück deinen Kopf leicht gegen die Hand. Und mit der nächsten Ausatmung Ellenbogen und Knie zusammen. Ein. Wieder strecken. Ausatmen. Zusammen. Und wieder strecken. Brust raus. Dein Ellenbogen zeigt immer wieder zurück zur Decke. Einatmen. Ranziehen. Und aus. Vier Stück noch. Die letzten drei. Dann setzen wir den linken Fuß hinter den rechten. Sehr gut. Zwei Stück. Knie und Ellenbogen zusammen. Bauchnabel mehr zur Wirbelsäule. Ein letztes Mal. Richte dich auf. Setze deinen linken Fuß hinter den rechten. Bring den rechten Arm lang über den Kopf. Schau nach unten. Setz dich auf deinen Po. Rotiere. Spine Stretch nach vorne. Auch hier. Die Füße bleiben wieder übereinander. Richte dich auf. Einatmen. Side Bend. Ausatmen. Geh tief. Spine Stretch nach vorne. Deine Ohren zwischen den Armen. Richte dich wieder auf. Rotiere auf beide Füße. Drück dich hoch. Drück dich hoch. Geh zurück. Und zieh dich nach vorne. Drei Stück noch. Zieh dich hoch. Becken nach vorne. Hüftknochen nach oben. Pointe die Füße. Und dann drück dich über die Füße wieder hoch. Schulter weit weg von deinem Ohr. Ein letztes Mal Side Bend. Ein letztes Mal in den Spine Stretch. Und wir ziehen die Beine wieder nach oben. Winkel sie an. Füße bleiben übereinander. Greife deine Fußrücken. Mach dich rund. Wir gehen in die Crab. Einatmen. Roll dich nach hinten weg. Ausatmen. Zieh dich hoch. Wechsel die Füße. Anderen Fuß nach vorne. Mach dich rund. Einatmen. Tief. Ausatmen. Hochgehen. Und wechsel die Füße. Schulterblätter auseinanderziehen. Schau zu deinem Bauchnabel nach unten dabei. Drei Stück noch. Und wechseln. Wenn du dich wohl damit fühlst und lieber dabei bleiben willst, dann mach das. Ansonsten gehst du danach gleich in den Teaser. Einatmen. Tief. Komm nach oben und strecke Arme und Beine lang nach vorne. Wechsel die Beine. Greif die Fußrücken. Mach dich rund. Einatmen. Tief. Ausatmen. Hoch. Arme nach vorne. Beine nach vorne. Teaser. Bauchnabel rein. Wieder rund machen. Vier Stück noch. Richte dich auf. Lehn dich im Oberkörper zurück. Nimm den Blick mit nach vorne. Die letzten drei. Wenn ich dir zu schnell bin, mach das Ganze langsamer. Geh tief. Roll über deinen ganzen Rücken bis zum Schulterdach. Und richte dich auf Teaser. Wechsel. Ein letztes Mal. Zieh dich hoch. Streck die Arme. Streck die Beine. Brust raus. Kreuze. Setz die Füße ab. In den Schneidersitz. Lehn dich nach vorne. Atme in den Bauch. Durchatmen. Und dann kommen wir auch hier zum Beinpendel. Gut gemacht. Setz die Hände nach hinten weg. Fingerspitzen zur Seite. Beine lang nach oben. Beinpendel. Die Beine ziehen von rechts. Mit der Ausatmung zurück. Einatmen nach links. Und zurück. Streck die Beine so gut du kannst. Die Füße bleiben aneinander. Vier Stück noch. Brust rausdrücken. Drei mehr. Und die letzten zwei. Ein letztes Mal. Single Leg Bend. Zieh ein Knie ran. Rutsche tief. Geh auf den Rücken. Wechsel. Von einer Seite zur anderen. Greife jetzt immer ein Schienbein. Zieh es ran. Schau zum Bauchnabel. Die Schultern liegen nicht auf dem Boden auf. Einer mehr. Dann Straight Single Leg Stretch. Strecke beide Beine. Schultern weg vom Boden. Schau zum Bauchnabel. Strecke beide Beine lang. Zehen Stück noch. Pointe die Füße. Schieb die Beine aneinander vorbei. Ein Bein Richtung Boden. Eins Richtung Nasenspitze. Bauchnabel rein. Das Powerhouse bleibt aktiviert. Setze beide Beine ab. Streck die Arme lang hinter den Kopf. Sehr gut. Einatmen. Ausatmen. Pause aktivieren. Und einatmen. Schieb dich nach oben in den Teaser. Blick nach vorne. Streck die Arme. Streck die Beine. Geh wieder zurück. Zieh dich nach oben. Und wenn dir das zu viel ist, wenn du merkst, du verlierst die Kontrolle über dein Powerhouse, aus, winkel die Beine an, zieh dich vielleicht hoch an der Oberschenkelrückseite. Geh wieder tief. Streck die Arme lang nach hinten. Vier mehr. Richte dich auf. Einatmen. Ausatmen. Geh zurück. Mir ist lieber, du machst das Ganze mit angewinkelten Beinen und hast Kontrolle über die Bewegung, anstatt die Beine lang nach oben zu ziehen und dann auch noch die Aktivierung vom Powerhouse zu verlieren. Ausatmen. Zieh dich hoch. Geh wieder tief. Ein letztes Mal. Ausatmen. Hochteaser. Einatmen. Nach hinten. Leg dich auf den Rücken, greif die Schienbeine und geh mal kurz von rechts nach links. Super. Roll dich über den Rücken, was auch immer dir gut tut. Und dann kommen wir auf unsere linke Seite. Ich gehe auf die rechte, du auf die linke. Streck deinen linken Arm lang nach vorne. Wir ziehen uns in seitliche Klappmesser. Rechten Arm lang nach oben. Mit der nächsten Ausatmung schieb dich hoch Richtung Decke. Einatmen. Geh zurück. Als ob du ein C-Form willst. Ausatmen. Auf den Po. Einatmen. Becken nach vorne. Arm zurück. Füße zurück. Füße zurück. Und nach oben. Geh wieder tief. Und zieh dich hoch. Die Füße bleiben zusammen. Die Beine lang gestreckt. Vier Stück noch. Wir arbeiten für die seitliche Bauchmuskulatur. Drei Stück noch. Ausatmen. Hochbrust raus. Die letzten zwei. Schließt deinen unteren Rippenbogen. Und ein letztes Mal. Ausatmen. Schieb dich hoch. Und wir ziehen uns von hier in den Mermaid-Sitz. Linker Fuß nach vorne. Rechtes Bein zur Seite angewinkelt. Wieder beide Sitzbeinhöcker so tief du kannst. Pause. Aktivieren. Arme lang nach oben. Rotation nach links. Zur Mitte zurück. Spine Twist. Zwei nach rechts. Immer wieder zur Mitte zurück. Und auch wenn die Arme gestreckt sind, lass die Schultern weg von den Ohren. Ausatmen. Rotation. Nur aus dem Oberkörper. Vier Stück noch. Nimm den Blick mit. Die Handflächen zeigen zueinander. Zwei mehr. Ein letztes Mal. Dann kommen beide Hände jetzt nach links. Zur linken Seite weg. Halber Liegestütz. Beuge die Arme. Ellenbogen Richtung Taille ziehen. Ausatmen. Drück dich hoch. Dein Blick Richtung Boden. Zieh deinen Kinn leicht rein. Drück dich hoch. Einatmen. Tief. Aus dem Trizeps nach oben drücken. Kraftvoll. Ausatmen. Hoch. Vier Stück noch. Die letzten drei. Rücken lang und gerade. Zwei mehr. Dann wollen wir in die Stützposition. Ein letztes Mal. Drück dich hoch. Streck die Arme. Beide Füße aufstellen. Stützposition. Powerhouse aktivieren. Hände unter den Schultern. Hände unter den Schultern. Rechts links. Die Knie einzeln ranziehen. Zieh das rechte Knie Richtung Brust. Und dann das linke Knie. Immer im Wechsel. Deine gerade Bauchmuskulatur arbeitet. Deine Schultermuskulatur arbeitet. Zwei Stück noch. Und dann geh zurück in den Upstretch. Beide Füße aufstellen. Beide Füße aufstellen. Sitzbein Höcker Richtung Decke. Brust Richtung Füße. Zieh dich nach vorne. Beuge die Beine. Wie in die Kinnsposition, ohne die Knie abzusetzen. Drück dich wieder nach vorne. Ausatmen. Upstretch. Einatmen. Schieb dich wieder nach vorne. Ausatmen. Beug die Beine. Und wieder vor. Streck dich nach oben. Vier Stück. Zurück. Drei mehr. Beine gebeugt. Die letzten zwei. Dann setzen wir die Knie ab. Sehr gut. Ein letztes Mal. Die Arme bleiben lang gestreckt. Setze die Knie tief. Einmal die Füße absetzen. Geh nach hinten in die Kinnsposition. Und halte hier kurz, bevor wir den Sworn machen. Durchatmen. Zieh dich wieder nach vorne. Bring dein Becken tief. Öffne deinen Brustkorb. Bauchnabel rein. Mit der nächsten Einatmung tief. Ausatmen nach oben. Wie die Kufe eines Schaukelpferds. Mit Schwung und trotzdem kraftvoll. Vier mehr. Letzten drei. Zwei mehr. Und ein letztes Mal. Dann setzen wir uns auf die Fersen zurück. Gut. Setz die Füße auf. Und dann drück dich über die Füße nach oben. Sitzbein höher Richtung Decke. Lass den Oberkörper kurz vorne hängen. Schüttel die Schultern aus. Und roll dich auf. Wirbel für Wirbel nach oben kommen. Richte dich auf. Setze dein linkes Bein jetzt nach vorne. Das rechte etwas mehr zurück. Und bring dein Steißbein Richtung Boden. Wir wollen in den Ausfallschritt. Bring die Hände an den Hinterkopf. Öffne die Ellenbogen zur Seite. Einatmen. Geh tief aus. Ausatmen. Kraftvoll hoch. Einatmen. Mittig tief. 90-90. Lunch. Und drück dich wieder hoch. Dein Blick nach vorne. Und während wir mit dem Bein arbeiten. Schau, dass du deinen Kopf leicht gegen die Hände drückst. Vier Stück noch. Die letzten drei. Einatmen tief. Powerhouse bleibt aktiv. Zwei mehr. Durch den Mund. Ausatmen. Ein letztes Mal. Verschiebe dein Gewicht nach vorne. Linkes Bein gebeugt. Rechtes gestreckt. Arme zur Seite wegschieben. Mit der nächsten Einatmung schieb die Arme lang nach vorne. Handflächen zeigen. Nach unten. Und aus. Zurück. Einatmen. In eine Diagonale ziehen. Und zurück. Dein Blick nach unten. Du bist eine lange Linie von deiner rechten Ferse zu den Fingerspitzen, wenn du die Arme lang nach vorne ziehst. Drei Stück noch. Ausatmen. Zurück. Zwei mehr. Ein letztes Mal. Und dann richte dich auf. Das rechte Bein kommt jetzt auf das linke. Drück dein Knie nach außen. Nimm die Hände vor die Brust. Einatmen. Kniebeuge. Und ausatmen. Wieder hochdrücken. Einatmen. Lange Rücken nach vorne gelehnt. Und zieh dich wieder hoch. Einatmen. Tief. Das rechte Knie drückst du Richtung Boden. Und zieh dich wieder nach oben. Einatmen. Tief. Ausatmen. Wieder hoch. Drei Stück noch. Zwei mehr. Ein letztes Mal. Und dann wechseln wir die Seite. Und dann wechseln wir die Seite. Einatmen. Tief. Ausatmen. Stell den rechten Fuß ab. Setz das linke Bein zurück. Nimm die Hände zurück an den Hinterkopf. Öffne die Ellenbogen. Drück deinen Kopf leicht gegen die Hände. Und mit der Einatmung tief Ausfallschritt. Ausatmen. Hochdrücken. Einatmen. Tiefbeuge beide Beine. Wenn du tief gehst, bist du eine Linie von deinem Knie über deine Hüfte, Schulter, Kopf. Einatmen. Tief. Ausatmen. Hoch. Vier Stück noch. Die letzten drei. Dann lehnen wir uns nach vorne. Zwei mehr. Und ein letztes Mal. Nimm die Arme zur Seite. Lehn dich nach vorne. Rechtes Bein gebeugt. Linkes gestreckt. Handflächen zeigen nach unten. Und dann zieh sie nach vorne und zurück. Einatmen. Eine Diagonale. Und wieder zurück. Streck dich lang. Zieh dich vor. Und zurück. Vier Stück noch. So lang machen, wie du nur kannst, während du nach vorne gelehnt bist. Die letzten zwei. Einatmen. Ausatmen. Zurück. Ein letztes Mal. Und dann drück dich einmal auf deinen rechten Fuß. Linkes Bein kommt nach oben. Drück dein linkes Knie nach außen. Hände vor die Brust. Einatmen. Geh mit dem Po nach hinten weg. Beug die Beine. Ausatmen. Wieder hoch. Dein ganzer Fuß ist auf dem Boden abgestellt. Dein linkes Bein bleibt auf dem rechten. Der Rücken bleibt lang und gerade lehn dich nach vorne. Einatmen. Tief. Und ausatmen. Hoch. Vier Stück noch. Geh tief. Und wieder hochdrücken. Beide Hüftknochen sind parallel zueinander. Die letzten zwei. Einatmen durch die Nase. Ausatmen. Drück dich hoch. Ein letztes Mal. Und den Fuß wieder absetzen. Gut. Wir legen uns auf den Rücken. Und dann kommen die Beine gleich über den Kopf. Komm einmal tief. Leg dich auf den Rücken. Drück deine Handflächen auf den Boden tief. Pointe die Füße. Ausatmen. Schiebe die Beine lang über den Kopf. Und dann greif dein Beckenkamm. Fingerspitzen zeigen zum Po. Bring die Beine einmal nach oben Richtung Decke. Und von hier direkt in die Scissorsbewegung 2. Ausatmen für 2. Bring die Beine wieder zusammen. Tappe die Füße einmal hinter den Kopf. Ausatmen. Beine lang nach oben. Einatmen. Ausatmen für 2. Öffne. Einatmen. Ausatmen. Öffne Scissors. Beine zusammen. Und tappe die Füße hinter deinen Kopf. Lass den Nacken die ganze Zeit lang. Streck die Beine. Öffne. Zurück zur Mitte. Öffne. Bring die Füße zusammen. Tappe die Füße hinter den Kopf. Sitzbein Höcker Richtung Decke. Streck die Beine. Scissors öffne für 2. Lass den Nacken lang. Zieh den Bauchnabel rein. Und bring die Füße wieder hinter den Kopf. Bring die Beine nach oben. Öffne Scissorsbewegung. Beine weit voneinander entfernen. Beine zurück. Winkel die Beine jetzt an. Drücke die Handflächen auf den Boden. Roll dich langsam auf. Füße auf den Boden abstellen. Chestlift für 2. Einatmen. Streck dich nach hinten weg mit den Armen. Ausatmen. Schieb dich nach oben. Zweimal hoch. Einatmen. Lang nach hinten weg strecken. Chestlift für 2. Bauchnabel rein. Fingerspitzen Richtung Füße. Und zurück. Drei mehr. Ausatmen. Lang strecken. Trotzdem die unteren Rippenbögen geschlossen lassen. 2 mehr. Und ein letztes Mal. Zieh dich hoch. Ausatmen. Halte hier. Zieh die Füße jetzt weg vom Boden. Streck die Beine. Halte. Und zieh die Knie wieder ran. Winkel an. Und wieder lang weg strecken. Einatmen. Ran. Ausatmen. Weg strecken. Pointe die Füße. Immer wieder die Knie Richtung Brust. Die Schultern liegen nicht auf dem Boden. Lass die gerade Bauchmuskulatur arbeiten. Einatmen. Powerhouse bleibt aktiv. Einatmen ran. Und aus. Einatmen ran. Halte gestreckt. Bring die Arme lang hinter den Kopf. Und schieb dich von links über den Rücken nach rechts rüber. Arme und Beine lang gestreckt. Immer über den Rücken. Ausatmen zur Seite. Ein zur Mitte zurück. Und wechsel zur anderen Seite. Sechs Stück noch. Komm zur Mitte zurück. Ausatmen. Fünf. Lass die Füße zusammen wie ein Brett von einer zur anderen Seite. Gleich geschafft. Lass die Arme gestreckt. Die Beine. Komm zur Mitte zurück. Leg dich auf den Rücken. Die Arme lang gestreckt hinter den Kopf. Mit der nächsten Ausatmung bring die Füße zu deinen Händen, damit wir in den Control Balance gehen können. Greife deine Füße. Bring dein linkes Bein lang nach oben. Einatmen. Zum rechten Fuß zurück. Ausatmen. Rechtes Bein nach oben. Wir bewegen nur einzeln die Beine. Dein Oberkörper formt ein Zeh. Deine Sitzbeinhöcker sind ungefähr über den Schultern. Du ziehst den Bauchnabel rein. Und deine Wirbelsäule bleibt rund dabei. Ausatmen. Strecke ein Bein. Und geh wieder zurück. Strecke das rechte Bein lang nach oben. Gehe wieder zurück. Beide Seiten jeweils noch einmal. Rechtes Bein nach oben. Pointe den Fuß. Lass die Hände auf dem Boden. Und dann langsam abrollen. Wirbel für Wirbel tief. Und dann bringst du die Hände an den Hinterkopf. Strecke das rechte Bein lang linkes Anwinkeln. Criss Cross. Wechsel von einer zur anderen Seite. Ellenbogen weit auseinander. Und du schiebst dich im Oberkörper von einer zur anderen Seite, während die Knie einzeln Richtung Brust ziehen. Lass die schräge Bauchmuskulatur arbeiten. Zieh dich von einer Seite zur anderen mit der Ausatmung. Ausatmen. Der Kopf liegt in den Händen. Komm zur Mitte zurück. Winkel die Beine an. Drücke die Hände auf den Boden. Ungefähr auf Schulterhöhe. Streck die Beine lang. Und wir gehen hier in einen Beinpendel. Ausatmen. Zur Mitte zurück. Füße zur linken Seite. Und ausatmen. Schieb dich wieder nach oben. Die Füße bleiben zusammen. Die Beine so lang gestreckt, wie es geht. Lass die Schultern auf dem Boden. Einatmen tief. Ausatmen hoch. Von einer zur anderen Seite. Vier Stück noch. Bauchnabel reinziehen. Letzten. Letzten zwei. Und ein letztes Mal. Komm zur Mitte zurück. Stell deine Füße auf der Matte auf. Streck dann die Beine lang. Streck die Arme lang hinter den Kopf. Aktivier dein Powerhouse. Und mit der nächsten Ausatmung zieh dich hoch in einen Spine Stretch. Mach dich rund. Und schieb dich zweimal vor. Und dann roll dich langsam wieder ab. Richte dich nicht auf. Geh nach hinten weg. Roll up, roll down. Ausatmen. Zieh dich hoch. Flex die Füße. Schau nach unten. Und dann langsam wieder zurück. Arme hinter den Kopf. Ausatmen. Zieh dich hoch. Drei mehr. Spine Stretch. Ausatmen. Für zwei. Zweimal nach vorne ziehen. Und einatmen. Geh wieder tief. Zwei Stück noch. Drück die Fersen so gut weg, wie du kannst. Zieh dich nach vorne. Ein letztes Mal. Und beim letzten Mal hier bleiben wir oben. Ausatmen. Spine Stretch. Für zwei. Nach vorne ziehen. Lass die Beine gestreckt. Richte dich auf. Wir gehen von hier direkt in die Saw. Von einer zur anderen Seite. Kleiner Finger zum kleinen Zeh. Schau nach hinten zu deiner Hand. Die Beine bleiben lang gestreckt. Ausatmen. Rotation. Lass die Lendenwirbelsäule lang. Lehn dich nach vorne. Die Arme weit voneinander entfernen. Vier Stück noch. Und die letzten drei. Zieh dich noch ein bisschen mehr nach vorne. Ein letztes Mal. Komm zur Mitte zurück. Zieh die Füße ran. Greif die Schienenbeine. Mach dich rund. Atme tief durch. Sehr, sehr gut. Wir gehen jetzt in den Vierfüßlerstand. Setze deine Hände unter deine Schultern. Setze deine Knie unter die Hüfte. Aktiviere dein Powerhouse. Und mit der nächsten Ausatmung strecke dein rechtes Bein. Bring das linke Bein dazu. Wir drücken jetzt unseren Po nach oben. Krabbel mit den Händen zu den Füßen. Kopf hängen lassen. Halte kurz hier unten. Krabbel wieder nach vorne. In die Stützposition. Und einmal in den Liegestütz. Ellenbogen reinziehen. Ausatmen. Drück dich hoch. Einatmen. Hände kommen zu den Füßen. Sitzbein Höcker Richtung Decke. Lass den Kopf hängen. Und zieh dich wieder nach vorne. Mit der nächsten Einatmung. Geh tief. Ausatmen. Drück dich hoch. Komm wieder zurück. Up Stretch. Sitzbein Höcker Richtung Decke. Lass den Kopf und den Oberkörper hängen. Zieh dich nach vorne. Geh zurück in den Push-Up. Einatmen tief. Ausatmen. Hoch. Krabbel mit den Händen zu den Füßen. Klapp dich nach vorne im Oberkörper. Und wieder lang in die Stützposition. Ellenbogen Richtung Taille. Drück dich hoch. Zwei machen wir noch. Krabbel nach hinten zu deinen Füßen. Zieh dich wieder vor. Hände unter die Schulter. Ellenbogen reinziehen. Tief gehen in den Push-Up. Ausatmen. Hoch. Letzte Runde. Super. Spür die Beinrückseite, wenn du nach hinten gehst. Zieh dich vor. Geh in den Push-Up. Aber jetzt legen wir uns komplett ab. Komm in die Bauchlage. Leg die Füße ab. Dein Blick nach unten. Die Arme zur Seite weg. Schultern weg von den Ohren. Mit der Ausatmung schieb die Arme nach oben. Seitlich hoch. Und einatmen. Wieder tief. Bring die Schulterblätter leicht zusammen. Und wieder tief. Dein Blick nach unten. Wenn du kannst, leg deinen Kopf nicht ab. Und wieder tief. Ausatmen. Schieb die Arme nach oben. Und zurück. Einer mehr. Und dann halten wir oben. Achtung. Ausatmen. Schieb die Arme nach oben. Halte hier. Jetzt bring die Arme lang nach vorne. Drück die Handflächen auf den Boden. Schieb dich im Oberkörper hoch. Brust raus. Und einatmen. Geh wieder tief. Ausatmen. Zieh dich nach oben. Blick nach vorne. Und zurück. Wichtig ist dabei, dass du den Bauchnabel reinziehst. Dein Schambein tief drückst. Dein Powerhouse muss aktiviert bleiben. Zieh dich nach oben. Geh wieder zurück. Und den letzten halten wir oben. Halte oben. Jetzt schiebst du deinen rechten Arm lang nach hinten weg. Nimm deinen Blick mit. Geh wieder zurück zur Mitte. Und dann den linken Arm nach hinten Richtung Fuß. Den Arm über oben wieder zurück nach vorne. Wechsel die Seite. Rechten Arm nach hinten. Zurück zur Mitte. Und den linken Arm. Beide Arme bleiben die ganze Zeit gestreckt. Schieb den Arm nach hinten weg. Wieder nach vorne. Nimm den Blick immer mit. Schultern weg von den Ohren. Zwei Stück noch. Rechts nach hinten. Und ein letztes Mal links. Halte hier. Geh langsam tief. Leg den Oberkörper ab. Hebe die Beine jetzt an. Weg vom Boden. Rechtes Bein nach oben. Powerhouse aktivieren. Linkes Bein dazu. Kleine, schnelle Schwimmbewegung. Zieh den Oberkörper weg vom Boden. Und nimm die Arme, wenn du möchtest, mit dazu. Handflächen zeigen nach unten. Einatmen für fünf Bewegungen. Und ausatmen für fünf Bewegungen. Zieh den Bauchnabel rein. Drück deinen Schambein tief. Arme und Beine bleiben lang gestreckt dabei. Weiter, weiter, weiter. Bauchnabel rein. Und absetzen. Und absetzen. Sehr gut. Nimm die Arme nach hinten weg. Die Handflächen zeigen jetzt nach oben. Mit der nächsten Ausatmung schieb die Arme Richtung Decke. Und einatmen wieder tief. Ausatmen so hoch du kannst. Handflächen zeigen nach oben. Lass die Stirn gerade noch auf dem Boden liegen. Zieh die Arme nur hoch und tief. Ausatmen hoch. Und zurück. Drei mehr. Und dann heben wir den Brustkorb an. Zwei mehr. Ein letztes Mal. Ausatmen hoch. Geh wieder tief und mit der nächsten Ausatmung hebe die Arme leicht. Und pumpe die Arme auf und ab. Den Brustkorb leicht gelöst vom Boden. Nur kleine Bewegungen auf und ab mit den Armen. Bleib stabil. Bauchnabel rein. Weiter, weiter, weiter. Und absetzen. Setz die Hände neben deine Brust. Und drück dich nach hinten Richtung Fersen. Streck den Oberkörper lang. Atme tief durch. Und dann zieh dich in den Vierfüßlerstand. Setz die Fußrücken ab. Und kreise deine Hüfte von einer zur anderen Seite. So groß wie du möchtest. So wie es sich für dich gut anfühlt. Geh von einer zur anderen Seite. Lass die Arme gestreckt. Geh mit dem Po so weit nach hinten wie es geht. Große Bewegung. Zwei Stück noch. Und dann richten wir uns vom Oberkörper auf. Ein letztes Mal. Richte dich vom Oberkörper auf. Und setze dein linkes Bein nach vorne in den Ausfallschritt. Nimm die Arme zu deinem linken Knie. Und deine linke Hand dreht nach hinten weg. Öffne deinen Brustkorb. Drücke deine rechte Hand leicht gegen dein linkes Knie. Brustkorb noch mehr öffnen damit. Atme tief durch. Komm zur Mitte zurück. Stell den Fuß hinten auf. Streck jetzt beide Beine lang. Und lehn dich im Oberkörper vor. Spür die Beinrückseite. Wenn du kannst und möchtest, dann streck die Brust ein bisschen mehr raus. Rücken lang und gerade. Die Fingerspitzen auf den Boden. Dein Blick nach unten. Bring den rechten Fuß zum linken. Lass den Kopf hängen. Schüttel den Kopf aus. Ja, nein, vielleicht. Schüttel die Schultern aus. Und dann setzt du das linke Bein hinten ab. Richte dich im Oberkörper auf. Bringe beide Hände zum rechten Bein. Und dreh den rechten Arm zur Seite auf. Öffne den Brustkorb. Drücke deine linke Hand leicht gegen dein rechtes Knie. Durchatmen. Setze beide Hände nach vorne zum Fuß. Strecke beide Beine lang. Und lehn dich im Oberkörper ruhig nach vorne. Spür die Beinrückseite. Drück die Brust jetzt raus. Streck den Rücken lang. Fingerspitzen auf den Boden. Blick nach unten. Bring den linken Fuß neben den rechten. Lass dich einfach im Oberkörper hängen. Und dann richte dich langsam auf. Komm nach oben. Nimm die Arme zur Seite wie zu Beginn der Stunde. Bring die Arme zusammen. Öffne Sidebend. Linker Arm hoch. Zur Mitte zurück. Rechter Arm nach oben. Komm zur Mitte. Wieder rund machen. Schulterbette auseinander. Öffne. Sidebend. Mach die Bewegung groß. Mach die Bewegung flüssig. Und ein letztes Mal. Öffne den Brustkorb. Sidebend zur rechten Seite. Zur linken Seite. Komm zur Mitte zurück. Kreise die Schultern zurück. Und du hast es geschafft. Vielen, vielen Dank, dass du heute mitgemacht hast. Dass du 45 Minuten durchgehalten hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir ein Like da lässt. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie dir das Workout gefallen hat. Und ganz besonderen Dank an alle, die den Kanal bei Patreon supporten. Wenn du mich auch unterstützen willst, dann findest du den Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Deine Lena.